Und auch in diesem unserem Videoflick begrüßen wir Sie wieder bei Ihnen zu Hause und wir möchten Ihnen das Leben zu Hause ein bisschen verschönern und wir spielen ja auch Walzer für Sie, aber wir haben auch andere Tanzmusik für Sie, zum Beispiel einen Tango. Und wie ich schon auch erwähnt hatte, Sie dürfen ganz gerne zu Hause im Wohnzimmer, wo auch immer, in der Küche beim kochen, jetzt ganz ungeniert mit tanzen. Es sieht ja keiner hier in der Wand. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen, wir wünschen Ihnen jetzt viel Vergnügen mit unserem Tango Rosen der Liebe von Erich Franz. 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 Erich Franz.